Und wir werden unsere Siegesserie weiter fortsetzen, ne? Ja, ist ja Pflicht. Haben wir letztes Spiel eigentlich gewonnen? Ich meine ja. Ich meine ja. Ja? Okay, okay. Also, ich weiß nicht, ob wir zwei gewonnen haben, aber eins auf jeden Fall. Also, die Win-Serie, die läuft quasi gerade. Ah, okay. Okay, ja, dann müssen der ShadowX, der Niko Gamer und der Hynos wohl mal, ne? Kette geben hier, damit das nicht abreißt. Ja, finde ich auch. Hi! Oh, scheiße, komm. Sehr schön. Jawohl, er ist gut abgestaubt, so mag ich das. Jawohl, aber das war doch wohl ein nicer Grab, hast du das gesehen? Ja. Das war wieder unglaublich. Das war mir sehr gut gefallen. Das war mir selber auch für Schulterklopfen führen. Das fand ich sehr gut. Oh, ja, da kommt Karin. Ah, schade. Ich dachte, so geht's weiter jetzt. Ja, hab ich jetzt auch fest mit gerechnet eigentlich, also. Aber Garen ist dann doch ausgeliehen. Der Garen. Ne? Guck mal hier in Irelia. Jawoll. Und ich hab keinen Schaden bekommen bisher, ist das nicht heftig? Echt? Ich bin schon ganz gut hier gefressen. Ja, der Garen ist gut hinten immer. Aber die sind aber dumm. Die stehen die ganze Zeit in den Busch. Der ist jetzt das zweite Mal. Ja. Ja, die, also waren immer auch andere. Deswegen müssen wir erst mal selbst erfahren, wie das ist. Ja. Gegrappt zu werden und dann, eventuell stellen sie es jetzt einfach mal schauen. Ja, bin ich mal gespannt ey. Ich hätte gern Gangplank, der nervt so hart rum dahin die ganze Zeit. Ja, den hätte ich auch gern. Hier ist er. Jawoll. Nipo Games hat ihn bekommen, super. Äh. Ja, bisher läuft es gut. Also da kann man nicht schmeckern. Ja. Das wäre geil, wenn wir einen Nullerpunkt für das ganze Team mal schaffen würden. Ja. Oh, ich kann aber nicht stunnen gerade. Aber sie steht trotzdem sehr gut. So, noch zwei Sekunden, dann kommt die Armor. Äh, die Health meine ich. Achso stimmt, genau, ist sie wieder soweit. Ja, noch 15. Ich könnte ein bisschen Warnapel tragen. Ja, aber Irelia auch, ein bisschen Health. So, sie kommen hier. Ach. Ah, du denkst dem Zweck, der es am wenigsten gebrauchen kann. Ich stand aber auch weit vorne ey. Ja, nimm du, du brauchst auch meiner ne. Ja, soll lieber hier, denkst du, dem Shadow X. Ja, und ich, ich nehm das hier hinten. Achso. Ich soll den Alley übernehmen, dann ist er wieder voll. Und bis dahin, halt die auch noch durch. Ich bin immer noch voll, vom Leben her, geil. Hm, na Mana, da fehlt ja ein bisschen Mana. Ja, das ist schade. Weil, was brauch ich denn? Ich brauch 125, um die Kombi rauszukriegen. Oh, aua, aua, war ja furchtbar. Hm, schrecklich, schrecklich. Ja, Eimer. Da kommt jetzt wieder ein 50 oder was? Kommt dann alle 40 Sekunden? Irgendwie sowas. Ja. Ja. Scheiße. Okay, ich versuche jetzt mal ein bisschen Mana erzählen. Das wird ja jetzt gleich kommen, hier. Da ist es. Bam. Ach. Verdammt. Ich hole mir auch mal ein bisschen... Keine Bess. Ja. Keine Bess. Keine Bess Bess. So, wieder voll. Schön. Ja, die sollen sie mich ein bisschen locken da drüben. Hier vorne. Hm. Oh. Ups. Oh, ich stand vor dem Fusch. Loll. Oh. War aber gut daneben, ey. Ja, der war auch gut daneben, das stimmt. Das räume ich ein, ja. So, tot ist er. Ist er vor allem ausrasten, ey. Ja. Ich hole mir mal in das, ähm, das Hells hier. Für Mana. Oh, wie krass. Auf 7-0 nach 5 Minuten. Ja, heftig, ne. Ah, kommen alle ein bisschen zusammen. Ich hab ein Heal. Oh, kriegt ihr nur einer noch ab? Ne, eigentlich doch alle, ne? Äh, eigentlich alle. Ja, gut. Außer, die wurden gerade erst geheilt. Ach, du warst so weit weg. Vielleicht müssen wir näher... Nee, ich stand mittendrin in dem. Mittendrin, okay. In allen vier stand ja ich hinten drin. Na gut. Okay. Ja, soll sich mal einer holen. Eben, ey. Genau. Guck mal, hi Annie. Jawoll, tot ist er. Boah, die sind bestimmt richtig demotiviert jetzt, ey. Bei nem 8-0 so. Ja. Die haben halt noch ziemlich strange, so, ne? Boah, ich bräuchte Mana-Harma, ey. Hm. Keine Mana, das ist echt scheiße. Hm. Aber egal, ich will noch ein bisschen durchhalten. Sind relativ tanky jetzt. Jetzt haben die auch die Rakete von Korki. Ja. Und jetzt auch... Gagbangs Ulti wird auch nicht mit reinballern, ne? Ach. Oh, Annie. Ist dann die? Oh. Oh, schade. Ach, kriege ich noch ne Rakete, hab ich verborgen mein Flash noch dafür. Scheiße. Jetzt haben die uns aber krass fertig gemacht, ne? Ja, aber guck mal, die sind super low alle. Und jetzt können wir eigentlich shoppen. Deswegen, ich seh das an, das ist eigentlich, ähm... Positiv. Positiv, ja. Die sind da auch so reingerannt. Ja, die schaffen eh den Tower nicht, ne? Was haben die denn? AD, AP, AD. Ach, ich kaufe erst mal Offensiv, ja? Äh... Ja, ne? Ja. Geht ihr wohl von unserem Turm weg, ey? So ja nicht. Hm, man muss ein paar Sekunden warten, ne? Man, die könnte sich alles erlauben hier. Frechheit. Oh. War das hier gold? Äh, die Blutklinge. Blattwärts, ja? Und, äh, Dolch. Also, Angriffstempo noch. Ist nicht schlecht, jetzt. Eigentlich so ein dickes Item, um quasi schon ready zu haben. Pass. Hm, hm, hm. Die Nase aller den Zug vorbeischleichen, ne? Ja. Oh, oh. Ah, scheiße, ey. Das war jetzt Panne. Weil die haben hier echt gut gestunt, ey. Ja. Da warst du ja noch die Falle, ey. Ja. Da kann ich nichts machen, Junge. Ja, sehr schön. Ja, bei 11,6 gibt denen jetzt wieder so ein Confidence Boost, weißt du? Ja, auf jeden Fall. Aber es heißt nix, ey. Die müssen wir jetzt ganz schnell unterbinden, ey. Genau so muss das jetzt gehen. Ja, sind wir bad. Einer sterben, immer einer tot. Schön ätzend. Älala, noch einer tot. Noch einer tot. Immer schön. Da noch einer tot. Was? Wollte schon sagen, ey. Aua, aua, aua. Schreit der Bauer. Ach. Schade, ich habe gedacht, ich grabte der Annie weg, ey. Ich hole mir mal ein bisschen Helds da oben. Ja, wird Zeit, ne? So, das andere ich mir glaube ich auch. Jawoll. Jawoll. Dann die Nummer. Oh. Du bist doch schön hier, Kollege. Ja, da ist er down. Sorry. So nicht. Sorry, Garen. Sorry. To Nabi. Für uns, ne? Ja, den müssen wir leider mitnehmen. Wir müssen ja auch gucken, dass wir hier. Den Moon hat überleben. Ja. Guck mal hier oben. Ach, hat sich nochmal geheilt, ey. Das habe ich überlebt. Naja. Dann können wir in den Tower. Ja. Das nehme ich auch als Ausgleich gerne mit. Och. Torki, ich habe es mal gehabt, ey. Ich habe vorhin Heimer gesagt, glaube ich. Loll. Heimerdinger. Hallo, Annie. Jawoll. So geht er halt. Bam, bam, bam. Tode, Annie. Guck mal, der hat aber ruhig Schaden gefressen, ey. Ja. Hi. Wunderbar. Ja, der hat ja auch so nice da weggezogen. Der war auch so zu awesome. Also, der hat die Welt noch nicht gesehen, sowas. So, jetzt kriege ich so hart auf Schnauze, ey. Ja. Ich glaube, jetzt machen wir die Ende. Ja, meinst du? Die sollen jetzt nicht zu übermütig werden, also. Ja, aber... Okay, wir sind dann bereit zu flow an Mana. Bei euch beiden. Aber theoretisch. Schade. Hätte ich ihn mal direkt gekriegt. Ja gut, ich habe auch noch 250. Ich habe noch vier Mana, ne. Oh, oh. Hi, Annie. Ah, sehr gut. Super. Wir sind weg hier, wa? So. So. Yeah. Gut überlebt hier. So geht das. Jetzt kommen wir angeplästert, machen die tot alle und dann ist gut. Ja. So sehe ich das auch kommen. Ich nehme sogar mal ganz optimistisch direkt zwei Heiltränke. Ich habe leider keine. Hast du das gesehen? Den Flash Grab? Hm. Schlecht. Oh, oh, ja. Der Flash Grab war cool, aber ich habe nachher den Tower gerampelt. Da war ein bisschen scheiße, so. Hi, hi, hi. Hilfe. Du, erst mal noch mal mehr Ability Power. Jetzt sterben die alle. Du vor allem voran da. Ach. Ich kann nicht mehr weg. What a pity. What a pity. So, jetzt habe ich noch ein schönes, ich habe ja noch den Phantom-Tänzer. Ja. Mit dem tänzt du dich jetzt ein bisschen rum? Okay, habe ich mal gespannt. Wie ein Phantom quasi. Oh, wenn der Nico immer noch ein bisschen durchhört, kann ich ihn noch retten? Oh nein. Ich wollte ihn nur noch retten. Oh man. Ja, schade, 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 schade. Ah, ich habe jetzt die Schuhe auch fertig, super. So, kommen wir mal angerannt. Ja, da machen wir schon gut Druck vorne. Ja, ich warte erst mal noch auf die anderen und dann können wir wieder schön hoch. Jetzt haben wir auch einen dicken Minion dabei. Käpt'n, das wäre noch gut. Können wir noch ein bisschen pushiger sein hier. So, sind wir schon mal zu viert. Lass jetzt noch hier in Dingens, wie heißt der, in Lucien reinlaufen und dann... Ah, scheiße. Ja gut, den wollen wir aber nicht unbedingt haben in uns drin. Ja, der wäre mal geplatzt, weil die anderen schon weggerannt sind, weißt du? Der Tod steht so weg. Ah, scheiße. Minion gegrabt. Jetzt werden sie sich hier aber, wa? Ja. Wir wollen uns uns so machen, jetzt wollen sie uns so machen. Wir müssen auf die Way fahren, wir müssen auf die Way fahren. Ah. Okay, habt's gut gemacht, ey. Ah, scheiße. Habt mir voll abbekommen. Oh, sick, 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 muss die weg. Keine Chance. Ich brauch ein bisschen Leben, glaub ich. Töte ihn! Ah. Oh. Ja, der ist weg. Ah. Corki ist weg. 34 HP, alter. Boah. Die schlechte. Mhm. Noch soeben entkommen, ey. Ja, gerade hatte ich mal leider meine Ulti nicht, aber jetzt hab ich sie. Oh, ich wollte ihn auch noch grabben und dann draufschlagen. Ja, ich brauch ein bisschen Health, sonst bin ich ein zu leichtes Opfer hier, also so geht und der hat eine scheiß Rakete ausgewichen. Puh. Wir wollen sich nicht töten lassen hier. Nee. Guck mal, wie er noch weg springt da, der scheiß Corki, ey. Wichse, oh. Ach, scheiße, wollte ich nicht nehmen. Was denn? Ja, gerade auf Health hätte ich nicht mal unseren Weiger lassen können. Du bist jetzt mal irgendwie ein bisschen beherzter hier rein, ey. Oh, okay, er ist schon mal tot. Jetzt machen wir die beiden Towers. Siehste, da müsste mal irgendeiner beherzt reingehen hier in die Schuze. Geht doch. Na, wir waren ein bisschen schüchtern. Ja. Nein. Schieß da drauf. Oh, nein, lol. Lol. Ja, schafft er aber trotzdem noch. Jetzt kommen Garen und Corki wieder. Oh, oh. Obwohl. Ja, sie hält auf. Ja, schafft er. Yeah. Oh, yeah. Die Serie setzt sich fort, ne? Genau. Unsere Abonnenten haben uns, glaube ich, gut gedient. Eben, die haben sehr gut mitgearbeitet. Sehr gut. Deshalb nochmal danke an euch. Und Applaus. Danke an die Zuschauer. Und Applaus. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Vielen Dank.